So jetzt, Chat, zeig ich euch wie es geht. Ich mach auch, äh, Dings, erinnert mich nach der Runde Bar-Abstimmung zu machen. Könnt ihr auch ein bisschen wetten auf mich. Hey, Filagune ist nice. Mal gucken, wie die lobby jetzt hier. Ja, kein Geschäft, ist aber nice. Fünste mitnehmen, wichtig. Die Banane. Ich fahr halt real-talken schlechthin, ne? Aber bei Mario-Karten müssen wir die Geschenke auch mitmachen. Willst du einen sammeln, wichtig? Ich mach grad ein bisschen mit Abstand. Das ist mein Run. Das ist mein Run. Ich hab extra die Banane weggeworfen, damit ich... Wichtige Drücke, ganz wichtige Drücke. Jeder, dieser Blitz. Erdenstern. Digga, was für ein Geist. Das tut weh, der Geist tut weh. Oh, blaue, blaue. Wichtig! Digga, ich bin fast nicht meine eigene Banane gefahren. Oh, wie gut ich fahr, Chat. Beliebt. Ihr müsst belieben. Double-Schenk. Wichtig. Jetzt Schutz, Dröte, irgendwas. Gön irgendwas Schutz. Der... Was für Zweiter? Zweiter, Digga. Wird grad schreien, der Beste. Oh mein Gott, was für Zweiter. Egal, Zweiter, Digga. Meck dir selber, ne? Meck dir selber. Ja, weil Dings... Alle suchen eine Map aus. Und dann kommt die dran, weißt du? Und dann kommt irgendeine von denen dran. Nein. Warum... Warum geht die Route auf mich? Davon... Ja, ich wünsche Falten mitnehmen, wichtig. Deswegen hab ich jetzt zwei geschehen, Frau. Gleichschöne einsetzen. So, bin hier da. Alle werde ich euch da vorne treffen. Alle. Ich brech mich selber, Digga. Ja, wenigstens zwei geschenkt, Frau. Habt noch. Der Rakete oder so, direkt jetzt. Witz nicht so geil. Alle mitnehmen hier. Digga, ich fauch grad wie ein Eumel, Alter. So schlecht, ey. Heftig. Heftig. Oh, so ne Trümmergeschenke. Nur Pilze, Digga. Digga, ich hab ne Rakete auf den fünften. Uff, wirklich. Einfach ne Rakete. Oh mein Gott. Nicht drüber reden. Komm, um die Grube, um die Grube. Mach keine Faxen mit der Grube. Kehl kurz. Wichtig. Ah, ich hab kein Geschenk. Ja, die Rote. Ja, warum haben die alle so viel zu verteilen? Heftig. Ja, ist klar, Digga, dass er mich da snipet. Vierter geht aber noch. Oh, die Rakete. Ja, auch die alle haben sie auf einmal Raketen, Digga. Ist klar. Kann man mit leben. Kann man mit leben, Vierter. Kann man mit leben. Kann man mit leben. Boah. Drei Grüne ist sehr nice. Sehr nice, wirklich. Nur ich hau. Äh, nein. Ich hab noch keine Blaue gerissen. Also, nicht mit Kicks. Gleich einmal oder zweimal. Super Geschenke. Die behalten wir erstmal. Ah, das muss ich mir mitnehmen. Ein Snipe. Guck mal hier. Guck mal hier. Ich hab einfach drei Pilze geglaubt. Ja, und mir wird einer jetzt klar, okay. Wer gerade durch Doppelgeschenke kriegt. Nee, komm, Blitz. Ja, okay. Doppelblitz. Was ist das denn für eine Runde? Doppelblitz. Ja, moin. Ja, moin. Einfach ein Doppelblitz. Chillig, Digga. Sehr chillig. Eine Blaue war auch wichtig. Weg krieg ich auch, man. Rote. Einmal Rote. Zum Attackieren. Ja, kein Geschenk. Komm, bitte. Doppelgeschenke. Oder irgendwas. Ich bin doch jetzt irgendwas. Ein Fünfter. Ich will keine Bombe. Ich wollte ein Geschenk haben. Top 5. Da ist die Top 5 wieder. Da ist doch die Top 5. Was geht ab heute? Da ist doch wieder die Top 5. Ich danke dir für deinen Sub. Im 13. Aktuell im 13. Vorlaufenden Monat. Er ist in der Abo-Falle. Er versteht die Abo-Falle. Also, Top 5. Ja, nein, Chat. Vorhersage. Ich zeige euch, wie man fährt. Zack, die drei Münzen nehmen wir natürlich mit. Okay, das reicht. Die Ausmünzen. Immer Münzen sammeln. Digga, warum? Ich sammle so gut Münzen. Ja, okay. Brech mich doch nie. Ich werde die Sportler. Sechs Pilze, Chat. Sechs. Ich versuche, die Abkürzung zu nehmen, weil wir rollen ja natürlich in den Top 5. Wenn die Abkürzung zu treinen. Ich bin so getroffen. Ich gebe alles, um die Top 5 zu kommen, ne? Und dann sowas. Ja, okay. Warum wird man als Achter beklaut, Junge? Ich bin nur hier, Digga. Aber tollt ihr alle, Junge. Und wie früh ich euch bin. Boah, so gut gemacht, Digga. Das war krass. Doppelgeschenk jetzt aber bei mir. Ja, bei mir ist alles fit. Ich bin aber gerade am Freyern. Er macht Geist und damit dodgt er meine Brühe. Oh mein Gott, wie nackt du. Bitte, Junge, Ruhe. Oh mein Gott. Das hast du verdient, Digga. Verdient, weil du mich attackiert hast. Das hast du verdient. Sowas von verdient. Und dich jage ich jetzt, Blob. Blob, verstehst du das? Dich jage ich jetzt. Du wirst jetzt noch gebrochen werden am Ende. Blob. Siehst du das, Blob? Guck mal. Da haben wir doch den Blob. Wo ist Blob hin? Blob ist weg. Da ist Blob. Dein Stern. Dich brech ich noch. Warte, Blob. Dem letzten Geschenk, was du jetzt kommst. Werde ich dich so brechen. Geht Blob. Da ist Blob. Da ist Blob. Da ist Blob doch. Da ist er doch. Da ist Blob doch. Top 5. Blob nochmal gebrochen, Digga. Mit deiner hässlichen Pflanze. Merkst du das? Blob 10. Von 5. auf 10. Junge, mache gerade so geil, Alter. Heftig. Eiseric. 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 Quindi. Bis zum nächsten Mal.